So, Montag Moin! Hier sieht es noch chaotischer aus als sonst, weil wir sind ja bisher am Räumen und so. Wie gesagt, es wird sich ja in nächster Zeit was tun mit unserem Lädchen in Eckstadt. Aber jetzt haben wir ja im Lager noch ein paar Sachen gefunden. Zum Beispiel habe ich ja schon mal für ihn ein Foto geschickt. Hier, Hentschies with Music. Haben wir von diesen Mützen noch ein paar gemacht. Aber was mir noch viel mehr aufgefallen ist, in unserem Lager haben wir noch Rucksäcke gefunden, die ich mir, glaube ich, vor zwei Jahren mal bestellt habe. Und die gibt es einmal in Blau und einmal in dieser Tarnfarbe. Davon haben wir, glaube ich, 15 bis 20 Stück. Und der Gag an denen Dinger ist, dann war es jetzt mal so rum, wurde einen sehr großen Kameramann von Obo nach Obo aufgenommen. Ich hoffe, man sieht das alles. Diese Rucksäcke sind in dieser Tasche drin. Und wie das ja mit so Wurfzelten ist, zum Beispiel auch, was ich ja öfters schon beim Zelten mal beobachtet habe, wenn man die auswirft, ist das natürlich ein Traum. Aber die wieder zusammen machen, habe ich selber bei Golden Oldies schon mal erlebt, dass ich über eine halbe Stunde gebraucht habe, das Ding wieder zusammenzuwähen. Und deshalb, diese Rucksäcke sind, kann man sich mit ins Auto legen oder in die Handtasch bei einer Frau oder irgend so ein Kram, sind halt super klein. Und wenn man sie mal braucht, dass man irgendwas hingekauft hat und sagt, ich habe keine Tüte dabei und ich will keine Plastiktüte oder irgend so was. Und dann kann man das hier rausholen und dann macht man den zusammen. Und dann hat man einen richtig geilen, großen, wirklich so einen großen Rucksack, wo eigentlich so DIN A4 irgendwie reingeht, sogar für die Schule oder sowas. 20 Euro wird der kosten. Wie gesagt, den gibt es in blau und in diesem grün. Und dann haben wir noch zwei oder drei nur in diesen Army-Packs. Ja, die sind so klein. Rucksack. Und die kann man auch dann natürlich aufmachen. Und wenn ihr sie kauft, wird natürlich von uns erklärt, wie man sie wieder zusammengräbt. Das sind aber nur so kleine Rucksäcke. Die sind oben. Das ist so ein richtiger Sack. Aber ich finde, sie sehen eigentlich ganz geil aus. Die haben wir 8 für 20. Und die sind auch so, wieder so Militärqualität. Und wenn man es gut drauf hat, dann kann man die wieder irgendwie zusammenmalen. Aber genau, es war ja, der geht es ja ziemlich einfach. Der muss mir hinten nur die Hälfte nehmen. Das hier alles rein. Das Ganze gedöhnt. Dann klappt man den einmal hoch. Und macht den wieder zu. Und der ist ja sogar noch ein Stück kleiner. Also die haben wir noch im Lara gefunden. Mal gucken, was sonst noch alles auftaucht. Wie gesagt, diese Mützen mit Handshees with Music. Und ein paar Rucksäcke haben wir. Und heute Abend haben wir ja das erste Mal außer der Reihe montags abends offen. 17 bis 19 Uhr. Jetzt die ganze Woche. Also wer Bock hat, vorbeizukommen. Und die, die draußen steht, grinnen natürlich wieder in heiße Appleway. Die wartet, bis wieder der Nächste in den Laden kann und so. Wie immer. Und dann treffen wir uns heute Abend ab 17 Uhr. Wie gesagt, Rucksäcke haben wir ganz wenige. Und die kann man schön zusammenpacken. Und ich zeige auch, wie es funktioniert. Alles klar, macht's gut.